Hallihallo, da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben. Nächste Woche geht's endlich los. Die Fußball-WM-Eröffnungsspiel? Brasilien gegen Kroatien. Am 12. Und wann spielt Deutschland endlich? Ach, am Montag, den 16. Juni um 9 Uhr. 9 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Man guckt hier Fußball zusammen in einer Sportsbar. Ja, zum Beispiel gehen wir dann nach Sunnyvale ins Firehouse oder nach Mountain View. Da gibt's einen Steinsbiergarten, Steinsbiergarten in der Villa Street. Das klingt lustig. Ja, oder wenn wir halt lieber mit den Kindern, weil ja Ferien sind, an den Strand wollen, dann kann man auch Fußball gucken. Und wo machen wir das? Ich gehe davon aus, du meinst dieses mexikanische Restaurant neben dem Crows Nest am Hafen in Santa Cruz? Genau, das Café El Paloma, da kann man auch gucken. Oh ja, und wir werden natürlich mit dabei sein. Ja, nicht nur das. Neuner hier, unser Torwart, ist ja auch wieder fit. Yay! Dann drücken wir den deutschen Jungs ganz fest die Daumen und sie werden mindestens Weltmeister. Yay! Go Dachshund! Go Dachshund! Aaaaaaah!